wunderschönen guten morgen liebe freunde der sonne herzlich willkommen zu einem weiteren let's play fifa oh mein gott mit 23 hier muss ich hin um das abzuholen okay wir schauen jetzt erstmal was wir als nächstes für eine mission machen welche am nächsten ist muss ich ins journal rein haupt quest ist irgendwo da drüben gewesen naja auch bis es auch mit den ochsen fortner genau das ist relativ weit weg da gibt es noch neben quest das haben wir gerade gehabt so die frau sprich mit dem kräuterkundler wo ist das auch in ochsen fort an der nähe von ochsen fort ok das machen wir dann logischerweise immer nach ochsen fort gehen sollte klar krass da haben wir die nebenquests jetzt fast schon alle weg also das ist schön weil da machen wir jetzt erst das fragezeichen dann das und dann gehen wenn wir das hier legen genau so kommen wir daher blöcke ach scheiße ich versuche plätze oben rechts im radar versuche jetzt hierher zu laufen und leben ist okay ich komme ich hier mit plätze drüber problem ist nur solange halt noch angezeigt wird auf dem radar oben rechts dann wird er nicht mag ich her teleportieren das ist halt dann langsamer deswegen rufen wir jetzt mal plötzlich weil dann wird er nämlich magisch her teleportiert hallo komm schau mal was uns da erwartet vielleicht lasse ich mal vorher wir haben ja glaube ich auch noch ein paar tränke oder die wir noch mal auffüllen könnten dann lass es erst mal tag werden bitte lass es nicht wieder regnen sehr schön ach es ist so schön hell ach ist das schön nein es regnet es regnet wieder die regentropfen aber es kommt trotzdem sonne raus jetzt ist die frage hört es gerade auf mit regnen oder fängt es gerade an auf mit regnen oder bitte nicht das können wir auch wenn jetzt immer noch ja ein paar regentropfen das ist schon wieder raubritter ist hier nur noch auf oder was ganz noch aus ja schon wieder raubritter ein banditenlager nach dem anderen ich meine ich heute die ja gerne aus aber da können wir auch auf ich nie gehen oh hauptsache die scheiß armbrust schützen schießen doch auf mich obwohl die anderen schon am beckern sind jetzt kommt man scheinbar ein so menge rauslösen ja noch ein bisschen action macht und die anderen die wissen was sie machen sollen weil sie außerhalb ihrer komfortzone sind wie es aussieht hallo du bist doch gleich zurückkommen ich beende dem leid ich beende dem leid ich beende dem schrecken ich beende den schrecken nach wie auch immer so ich versuche jetzt mal das war jetzt glaube ich maximum ich nie macht auch direkt für action und schaden ist versuchen einfach mal den hier platz zu machen wir haben sowas von überhaupt nicht drauf die armbrust schützen im nahe kampf aber gut ist immer so es fängt echt an wieder zu regnen also wollen die mich verarschen es fängt wieder an zu regnen es wird die dunkle ist doch scheiße toll 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 so einer weniger oh er macht schaden und er lässt sich überhaupt nicht aus der ruhe bringen der kollege ach so ja nicht mehr als zweimal angreifen so für den schild dann müssen wir wieder axi nehmen damit er seine deckung weglässt falls irgendwann bock hat ja ich sollte vielleicht nicht zu nah dran stehen wenn ich das machen will okay komm wir blocken dich wir haben ja auch unseren unseren konner verbessert scheiße wenn die auf dem boden lagen dann konnte man die doch eigentlich erstechen mit einem schwert oder geht das etwa nicht mit einem also dass man sie nicht erstechen kann ist klar aber kann man die da nicht weiß ich nicht den kopf abpacken oder irgendwas verrückt ist halt komm her du bist der letzte und er breitet schon die arme aus weil er weiß jetzt ist er tot ich fände es halt geil wenn die noch eingebaut hätten dass halt gerade so so banditen raubritter oder wie auch immer halt dass diese art von gegnern hier dass wenn halt denen ihre komplette bande aufgerieben wurde oder fast alle aufgerieben wurden dass dann vielleicht die letzten zwei oder der letzte dann nicht immer aber ab und zu halt einfach entweder direkt weg rennt und halt verschwindet wenn man die nicht verfolgt und umbringt oder weil die auf dem boden wird und anfängt zu betteln oder sowas das fände ich doch cool das wäre noch so ein kleiner bonus gewesen so ein kleines gimmick damit hätte einbauen können aber ist echt ein bisschen heller oder ein sturm verdammt würde ich behaupten ja schön das merkst du ja zeitig gerald das jetzt den sturm aufzieht geht das lockbuch inzwischen sind wir seit drei tagen hier im totenwald stationiert eine wirklich wichtige mission das sagt uns jedenfalls der kommandant wir senden nur die besten in den totenwald das waren seine worte ich bin verdammt noch mal ganz schön stolz seltsamerweise gibt es hier nicht viele bäume und auch keine toten zu sehen vielleicht waren die information des meisters veraltet und die bauern haben den ganzen wald gefällt thomas sagt der grund sei dass wir den falschen weg eingeschlagen hätten aber er kann weder lesen noch schreiben deshalb traue ich ihm nicht ich werde nach dem abendessen selbst etwas auf erkundungstour gehen ich will eine karte dieser region anfertigen denn der kommandant hat uns keine gegeben wenn ich zurück im hauptquartier bin werde ich alles sauber und ordentlich niederschreiben Peter von Nei Nei Neiha wie auch immer wo das sind irgendwelche gegner aber das sind glaube ich keine Raubräder das ist irgendwas anderes Wölfe oder so ja holen wir uns wobei das ist echt verdammt dunkel einfach egal holen wir uns erstmal unsere Belohnung ab Mandenstaub Gildo verspärts Minus 2 halt wenn ich generell noch so ein paar sachen gefunden habt plus 28 aber ist halt auch nicht wirklich geil plus 24 ist nicht mal gesockelt schrott 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 magischer gegenstand meister gegenstand ist jetzt doch ein magischer gegenstand besser als ein meister gegenstand ach ich bin da nicht mal durch ist auch egal auf jeden fall nicht zu verbrauchen ja ist noch was geil wie die ein Bett haben wie viel waren die fünf oder so und die haben ein einziges Bett war nicht schlecht so haben wir das also abgeschlossen dann gehen wir jetzt hatten wir uns das Brümlichstum durchgelesen die pittoreske schönheit dieses kleinen doofes machte es dem Gegnern der Aufmerksamkeit von Baden und Poeten das bekannteste in Brümlich angesiedeltes Literaturstück ist ja das habt ihr schon dann jetzt dahin 202 kommen da rennen wir einfach hin folgen dem Fluss hier es ist eh wieder so dunkel da sehe ich wieder nicht wo ich hinreite mit mit Plötze da rennen wir einfach oh was stand da gerade sah interessant aus achso Moly Pfeil ja das ist ja nicht wirklich seltenes ich weiß nicht könnte vielleicht sogar der erste das erste Kraut gewesen das ich eingesammelt habe aber wahrscheinlich irre ich mich wieder mal hier haben wir einen kleinen See schön viel Donner etc und da drüben ist unser naja wir sollten nochmal eine Stunde nächtigen oder eine Stunde meditieren was wie kann ich nicht tun bin ich im Kampf oh scheiße wo kommen denn die ertrunk denn alle her sag ich stank wenn ich jetzt platt machen mal gucken war noch immer so dass die super viel Schaden machen aber auch viel Schaden nehmen also dass die schnell zu besiegen sind wenn man sie gut trifft aber halt selber auch fett Schaden machen wobei geht eigentlich mit dem Schaden den die machen hm wobei geht eigentlich mit dem Schaden den die machen nein haben ja gegen ertrunken gekämpft also nehmen wir uns mal die Zeit weniger zwei weniger ach nee es waren direkt zwei also zwei zwei drei weniger auf einmal egal aber nichts einsammeln jetzt nehmen wir uns die zeit meditieren haben wir sogar noch am trank mehr verbraucht sehr geil Ressourcen nutzen lass mich raten Banditenlager Raubritter oder verlassener Ort ist das dunkel versteckter Schatz, wer bewacht den denn oder kommt der erst wenn ich den Schatz angreife Geister wahrscheinlich oder so wie das hier aussieht ich sehe auch ehrlich gesagt nicht so viel oder versteckter Schatz mit einer mit einem Quest drin halt ja wahrscheinlich mit dem Quest ja Kryptaschlüssel Pater Klaedfried oder Klaedfrieds Pastoral Tagebuch so das Tagebuch ist mit Blut bedeckt und schwer beschädigt nun die letzte Seite lässt sich noch entziffern meine Predigtreisen zum Ruhm des Feuers führten mich als nächstes ins Dorf Brunwich das sich um den See herum schmieg und wahrlich was erleuchteten die allerheiligsten Flammen dort für mich eine Gruppe von Heiden mit verhärteten Herzen zu sehr am Sünde verfallen um auch nur einen verfluchten Finger zu krümmen der sich um den Herd des ewigen Feuers kümmern könnte von heiligen Zorn erfüllt fragte ich sie warum ist eure Kapelle in so einem jämmerlichen Zustand warum ist euer Friedhof mit Unkraut bedeckt ihre Antwort Geister Flüchte suchen den heiligen Bodenheim sie beschuldigen die Frau des Ältesten sagen sie sei von ihrem Reichtum in den Wahnsinn getrieben wurden und unlesbarer Abschnitt seit dieser Tragödie liegt die Kapelle in Ruin und niemand wagt es sich hier zu nähern so liegt es nun an mir diese verblendeten verlorenen Schafe zurück auf den rechten Weg zu führen hinweg von dem Unrat an den sie glauben ich habe vor die Kapelle allein zu betreten nur mit einer Fackel des ewigen Feuers die meinen Weg erhellen wird und dann herauszufinden was von drinnen lauert wieso bist du jetzt draußen tot? folgen wir das Quest mal ist ja auch nicht wirklich weit weg abgeschlossen hiermit gewährt die Ochsenfurter Kurie der Kirche des ewigen Feuers den Einwohnern der folgenden Dörfer die Aussetzung der Anbetungspflicht in der Kapelle des ewigen Feuers Brunwich Erde und Hedl aus ungeklärter Ursache halten üble Kräfte die heiligen Städten dieser Dörfer besetzt beflecken die Hoheit der Kirche sowie ihren heiligen Boden bis ein professioneller Exorzist engagiert werden kann wird davor gewarnt in den genannten Dörfern die Friedhöfe oder die Friedhofskapellen aufzusuchen Vater Wilhelmius Eier Hä? Warum will denn der andere der jetzt tot ist das Ding hier klären wenn er den Zettel liest dann weiß er doch dass das sogar bestätigt wurde offiziell von der Kirche dass es hier spukt und hier scheiße abgeht das ist ein bisschen merkwürdig oder? naja wahrscheinlich ein ziemlich verblendeter Dörfermann der deswegen gestorben ist ein Reh wir werden also gleich gegen Geister kämpfen wie das aussieht klar dafür brauchen wir Irden Surydika da kommt denn der Krypto das ist echt schon wieder regnet das regt mich fast schon auf weil es genauso ist wie der Stadt bei Witcher 3 ständig dieser scheiß Regen ich glaube ich muss hier rein oder? weiss ich aber nochmal hä? müssen wir nicht hier rein? da unten ist auf jeden Fall was oder? vielleicht mit Art aber da geht ja nicht nach unten mit Art sondern geht ja einfach nach oben ok ging sogar nach unten aber hat nicht gebracht wo ist denn der Eingang da Krypto? das ist das einzige Loch was ich gesehen habe gehen wir in den größeren Kreis ab ist es halt auch so dunkel dass man nichts sieht aber alte Kapelle brunmisch ist das eine eigene Markierung? scheint keine eigene Markierung zu sein warum kann denn jetzt der Hinweis? wahrscheinlich ist der Kreis auch auf inne gemeint und gar nicht auf außen also ich muss wahrscheinlich erstmal da rein und dann da den Kreis absuchen Moment mal wir müssen irgendwie in die Kapelle rein glaube ich ach jetzt bin ich wieder reingefallen schon wieder wir müssen glaube ich in die Kapelle irgendwie rein und von da aus kommen wir dann in die Krypto rein so jetzt sind wir erstmal auf dem Friedhof oder? ja oh fuck ich wusste es oh scheiße ich wollte eigentlich auf Irden komm her komm her das ist glaube ich ähnlich wie ertrunkene können viel Schaden machen fressen aber auch viel scheinen insgesamt erstmal nicht so schwere Kämpfe zu sein das ist schon mal ganz schön au 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 das habe ich gemeint die müssen sofort wegspringen sobald die sich materialisieren eins noch dieser Angriff wenn die sich materialisieren der ist halt echt heftig also zumindest wenn er komplett durchkommt wenn er ihn komplett trifft gut und von hier müssen wir jetzt irgendwie da reinkommen ein bisschen Sonne ein bisschen Sonne erleuchtet diesen verfluchten bösen Ort sehr schön ich glaube von hier oder müssen wir rein weil es war jetzt eigentlich nichts anmachen aber ist egal ah Tatsache drin scheint es sehr dunkel ich glaube da brauchen wir unsere Katze wieder wir versuchen es erstmal mit Fackeln ich finde einfach immer stimmungsvoller mit Fackeln muss ich zugeben deswegen spiele ich ganz gerne mit Fackeln aber Katze ist halt natürlich sinnvoller weil da sieht man mehr na gut wir nehmen jetzt die Katze schade gerade wenn wir da hier drin kämpfen ist es schon angenehmer mit Katze Fluchte Mutter krass treffen die ja kaum die ist ja komplett durchsichtig hä mit Irden klappt es schon deutlich besser einwandfrei man muss aber erst mal diesen kreis drin sein machen wir auch ganz gut schaden jetzt passiert auch jetzt kommen wieder ihre freundin oder jetzt ist er einfach tausendmal da wir wissen nicht welche richtig ist dieses scheiß Irden ist so klein verdammt die kommt nicht rein oh fuck dadurch heilt die sich wieder oh ich Idiot scheiße die ist fast wieder voll energiemäßig aber da war halt echt viel Schaden 1.8 habe ich gerade gelesen komm her so ein Drittel haben wir gleich fuck fuck die heilt sich ja egal wie schnell ich die platt mache wie es aussieht so ein Drittel haben wir oh scheiße komm her komm her komm her zwei Drittel weg come on scheiße jetzt heilt sie sich wieder komm her 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 ach so das war nur noch eine ah geil geschafft 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 so jetzt nehmen wir noch mal jetzt können wir ja auch gleich meditieren dann nehmen wir erst mal Absurd jetzt meditieren wir schnell eine Stunde damit wir nicht mehr vergiftet sind aber noch geheilt und jetzt nehmen wir noch mal ne jetzt brauchen wir eigentlich keine Katze mehr weil jetzt kommt ja kein Gegner mehr gehe ich mal davon aus so gut die Katakomben der Krypto was muss ich denn jetzt hier eigentlich machen also sind es hier der Auftrag wahrscheinlich irgendeine Truhe aufmachen oder so Saphir mhm das Glaube von Skellige Druiden haben wir das noch nicht gelesen das ist ja geil auf Skellige leben nicht nur die Jünger des örtlichen Pantheons sondern auch Druiden der Kult der Freya und der Kreis der Druiden koexistieren im großen gegenseitigen Respekt die Verehrung der Heiligkeit von Erde Fruchtbarkeit Liebe und Geburt Liebe und Geburt ist das Bann das die beiden Glaubensrichtungen verbindet für die Druiden sind die Menschen ein Teil der Natur und sie sollten ihre Umwelt mit dem größten Respekt behandeln sie sind der Ansicht dass es die Natur war die den Menschen und Menschen ähnliche Völker das Leben als ihr kostbarstes Geschenk gab und dass die Menschen ihren Willen dem der Natur unterwerfen sollten Druiden werden als Weise und Priester behandelt und von der örtlichen Gesellschaft sehr geschätzt sie fungieren als spirituelle Berater, Kräuterkundler und Alchemisten die Skelliger suchen in schwierigen Zeiten ihren Rat rufen sie zu ihren Krankheiten und bitten sie Konflikte zu schlichten die Druiden von Skelliger haben wie ihre Brüder auf dem Festland einen Kreis einen speziellen Bereich in ihrem Heiligen Hain der Versammlungen, Meditationen und dem Studium Heiliger Folianten gewidmet ist viele Druiden sind in der Lage Magie auszuüben hatten wir eigentlich alle Bücher durchgelesen die wir schon hatten? krass wir hatten echt nicht alle Bücher gelesen oder was? hier sehe ich noch drei die noch offen sind Heiliger Volant des Ewigen Feuers Helden von Skelliger und Helden von Skelliger dann müssen wir die mal irgendwann noch lesen wenn ich Bock drauf habe sind ja auch nicht mehr viele goldener Rubin Ring ach irgendwie ist das merkwürdig wenn wir jetzt hier diese Krypte ausrauben aber ok ich weiß ja nicht was ich mitnehmen muss damit das hier abgeschlossen ist das rote wahrscheinlich Neumond Rüstung Neumond Rüstung ich glaube die sieht erstens total geil aus weil sie schwarz ist und das war es dann aber leider auch Neumond Stiefel oh guckt es euch an bestimmt sieht sie mega geil aus also im Vergleich zu dem wie wieso kann ich den Geralt nicht drehen was haben wir jetzt gemacht? die Z durch die Armbrust abgelegt äh was wollte ich sagen ja also zu dem wie was er sonst anhat sieht sie einfach mal super geil aus ist mir auch lieber als eine Bellaveniche Brigantine aber leider Gottes äh ist die halt einfach viel schlechter deswegen nehm ich die natürlich nicht und die Stiefel wird natürlich auch super geil aussehen naja wasser jetzt ich habe gerade gesehen dass unsere Rüstung ziemlich kaputt ist wir können die mal reparieren ja minus 17 noch 53% so jetzt sind wir wieder bei 100% das hat 92 90 89 solange wie da noch nichts an Rüstungswert runter geht wegen schlechter schlechten Zustand ist ja alles okay ist hier noch irgendwo was das war ja auch mal ein ausführligeres Fragezeichen also unbekannter Orts das Borg-Ruhnstein-Kavalleriesattel gemäherisches Stahlschwert gewöhnlicher Gegenstand ach du Gott das Sattel ist ultraschwer da ist eh nichts weiter wert oder ich gucke mir mal an ja das war es nämlich jetzt schon mit dem Gewicht ich wusste es wo sehe ich den Sattel jetzt oh mein Gott Handwerk Alchemie Questgegenstände und sonstiges vielleicht bei sonstiges so viel Schrott mit verdammt nochmal verzerrbares Plätze da Kavalleriesattel 60 Ausdauer und was haben wir jetzt gerade 70 Ausdauer okay ein bisschen was wert aber die sind so schwer ich glaube ich werde die wegwerfen um ein bisschen Platz zu schaffen wer weiß wenn wir uns das nächste Mal irgendwas verkaufen können achso der Abschiedsbrief Edberts Abschiedsnotiz mir ist nichts geblieben gar nichts alles was mir bleibt ist die Geschichte meiner Familie aufzuzeichnen eine Geschichte voller Furcht und Schrecken möge ich sie in diesem Brief niederschreiben können bevor ich selbst dahin scheide es scheint ein Traum zu sein der sich wie der Morgennebel auflöst doch es gab eine Zeit in der wir glücklich waren meine wunderschöne Frau Ornesta und ich unsere Hochzeit war ein gesellschaftliches Großereignis und ein rauschendes Fest ein Jahr später wurde unsere Geliebte Mild Burger geboren die Leute priesen die Schönheit unserer Tochter sagten sie sei ihrer Mutter wie aus dem Gesicht geschnitten Ornesta verärgerte das immer etwas doch ich schenkte dem damals keine Beachtung schon bald wuchs unsere Familie weiter erst kam Mathilda dann Ethel beide so rein wie Enge doch Ornesta nun ich werde nie den Abend vergessen an dem sie da saß und ihr langes Kastanienbraues Haar kämmte während die Mädchen weinten und weinten ich sagte zu ihr Liebes ich glaube die Mädchen haben Hunger daraufhin kantelte sie mich das erste Mal ab sagte sie hätten kein Recht darauf hungrig zu sein da sie ihre Schönheit und ihre Jugend gestohlen hätten dass das mehr als genug sei von dem sie zehren könnten ich hätte damals schon wissen sollen ich hätte es damals schon wissen sollen ich hätte wissen sollen dass ich der Wahnsinn in den Verstand meiner geliebten Frau eingeschlichen hatte und dass er sich mit jedem Kompliment das unsere Kinder erhielten tiefer dort eingrug Jahr für Jahr wurden die Mädchen größer und anmutiger aber die Zeit meinte es mit den Alten nicht gut und auch Ornesta blieb von ihrer Grausamkeit nicht verschont ihre Haut wurde faltig und verlor den Glanz der Jugend eines Nachts weckte mich das Mondlicht das die ganze Welt in seinen gespenstlichen Schein tauchte ich sah mich in unserer Hütte um sie war leer ich lief zur Tür hinaus und entdeckte Abdrücke von nackten Füßen die zum Friedhof an der Kapelle führten als ich sie sah klopfte mir das Herz bis zum Hals ich fand sie alle drei um den Springbrunnen drapiert wäre ich nicht ihr Vater gewesen ich hätte sie nicht erkannt tiefe Schnitte verunstellten ihr liebreizenden Gesichter Hautfetzen und sogar Fleischstücke lagen überall verstreut als ich noch den Anblick dieses Schlachtfests auf mich wirken dies hatte ich das Gefühl dass mich jemand beobachtete und so war es auch Ornesta stand auf einem Hocker bei einem einsamen Baum um ihren Hals lag ein Seil wie eine dämonische Halskette sie nahmen mir alles alles was ich hatte alles was mir etwas bedeutete sagte sie dann sprang sie sie ist tot meine Ornesta meine drei Töchter auch sie sind nicht mehr ich werde ihnen schon bald folgen ich habe alles genommen was ich besitze und den Göttern geopfert vielleicht vergeben sie mir und meiner geliebten Ornesta boah das ist ja eine traurige Geschichte gewesen ich nehme das jetzt einfach mal damit er nicht mehr rot leuchtet auch wenn ich das eigentlich nicht brauche gemäherisches Stalschwert naja haben wir wieder mal eine extra lange Folge sehe ich gerade das ist nicht so schlimm ich wollte das jetzt eh noch hier beenden und ähm keine neue Folge deswegen anfangen deswegen oh ist etwas Sonne draußen hat es aufgehört zu regnen bitte I love it so komme ich am liebsten aus meinem das ist wirklich ein dick herr oder so komme ich am liebsten aus meiner Krypta das kann natürlich sein es hat geregnet weil der ausverflucht war jetzt ist der Fluch weg und es regnet nicht mehr oh da sind ja die Leichen die hier um den Brunnen herum liegen mit Sicherheit die Töchter wobei das sind doch erwachsene Leichen und die waren doch nicht erwachsen wenn ich das richtig verstanden habe aber das sind die drei Töchter das ist echt traurig so irgendwo muss da jetzt auch die Leiche am Baum wehen na wobei die müsste ja dann abgefallen sein aber unter dem Baum müsste dann eigentlich die Leiche irgendwo liegen aber dieses Detail werden sie wahrscheinlich weggelassen haben das Vogelbricht ist schon so angenehm ich weiß leider nicht wo das gewesen sein könnte also er hat es ja gesehen von dem Brunnen aus hat es ja gesehen weiß nicht wo das ein Brunnen ist aber muss er jetzt hier irgendwo gesehen worden sein von hier aber kann ja überall gewesen sein aber wie gesagt es macht ja Sinn dass die Leiche nicht mehr da am Baum baumelt die ist ja auch zum Geist geworden na gut tja dann würde ich sagen liken mal gucken ob wir jetzt hier reinkommen ne ist immer noch abgeschlossen liken, kommentieren, abonnieren wenn es euch gefallen hat ansonsten Daumen nach oben dann wird man euch loben euer Paxes bis zum nächsten Mal und ich hoffe ich hoffe wirklich dass wir die nächsten Folgen ein bisschen in der Sonne spielen können dass nicht jedes Mal nachdem wir wieder drei, zwei Mal meditiert haben da ist sogar noch eine funktionierende Mühle ein Reh und ein Hase dass nicht nachdem wir drei, vier Mal meditiert haben dann sofort wieder alles einstürzt und es wieder regnet verdammt nochmal in diesem Sinne bis zum nächsten Mal Paxes tja tja